Hallo zu FIFA 18, Trainer Let's Play und Mission 1. Nigga gegen St. Pauli abbrechen. Ich will da noch von machen. Bisschen kompakter. Bisschen kompakter. Bisschen kompakter. Bisschen kompakter. So, dann wollen wir mal anfangen. So, automatisch ersetzen. So, dann wollen wir mal spielen. Hoffentlich verlieren wir nicht. Sonst kann es böse aussehen für unseren Fallvertrag. So, dann wollen wir mal anfangen. War gar nicht so schlecht jetzt. So, Anschub Bochum. Interessante Variante. Bochum Offensiv. Flanke. Oh. Gut von Sam. Auch nicht schlechter Angriff hier von St. Pauli. Einmal übers Feld. Oh. Der Kopfball ging zum Gegner. Schopenhauer. Abelner. Abelner. Diamantikakos. Diamantikakos. Der Expo von Mar. Fabian. Fabian. Moin. Zwei hin. Fabian. Gut. Wunderbar. Hinterseer. Stöger. Eisfeld. Eisfeld. Schade. Hinterseer nicht gefunden. Stöger. Fuß. Schlecht geflankte. Eisfeld. Oh. Das war. Schlecht. Oh. Vom Bodo rauf war das eine ganz schlechte Aktion hier im Mittelkreis. Freistoß. Aber keine Karte. Spöger. Fuß. Sam. Oh. Ah. Da kommt den Ball nicht weitergeleitet. Sahin. Sam. Cruise. Mit einem schlechten Pass hier, der nach Aus, ins Aus geht. Puterov. Da weiß ich. Der nach. shut ausgeschickt schön gemacht ab platz muss hat immer noch platz danke muss sie mit dem volley weit daneben freistoß bochum oder war zu stark aber hinter der fahrung mit dem kopf daran aber nicht präzise hinter der glusel zentimeter daneben abuela Runter von Sa Pauli, Diamantikakos schießt daneben, im Raub, da war schlecht, Neering, Diamantikakos, Blum, Neering, auf Schahin, Fabian zur Ecke, gekehrt, die Ecke, gar nichts, Ohhhh, Eisfeld, Suarez, Luz, Hinterseer, Stöger, Eisfeld, ähm, Als Hinterseer meine ich, kann hier wunderbar reinschießen, muss nur den Fuß dahin halten, noch ein bisschen Druck machen und schon ist das Tor da. Ja, Bochum führt nur zu eins, Haunschuh, Eering, schön gemacht, gut hier auf Cruise, auf Finterser, nicht den Druck hier nachlassen, Ohhhh, ah, 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 Gut gemacht, Ah, Ne, Ah, Guido lucere, Er muss bekommt ihr den Ball, auf Stöger auf, hinter sie er kommt da nicht mehr, und, Weißfeld, wir haben mal über Riemann gespielt und Bochum geht hier mit 1-0 zur Führung in die Halbzeit. Puh, weiter geht's. Blum. Nagli, Sam, gut gemacht. Musila, Sam. Oh man, da war keiner in der Mitte da. Rabelner, Schahin, Diamantikakos. Oh, Eisfeld passt hier direkt auf den Gegner. Sobotta. Riemann, willkommen am Ball. Sam. 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 Oh. Balliert hier den Ball. Demantikakos. Messena gewinnt das Spindduell hier. Und Buchtmann für Flumm im Spiel. Hornschuh. Oh, Nehring. Ganz frei und Ecke sollte es geben. Tische für Lucia im Spiel. Riemann rettet. Riemann. 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 und es wird hier geschubst so dass er keinen richtigen kompanier anbringen konnte die haben man gar kostet man voll hier durch das team von einwurf zum pauli schopenhauer schlotzig oh man eisfeld oh man stöger aufs warum lässt sich hier einigen etwas so gut da wow sämt, täsche, hintersehr, stöger, wird hier abgefangen schulatzi gut, sämt, ach, gott, 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 buchmann, subotta, tische reißt hier rum und dadurch freistoße und bündnis für cruis im spiel noch hintersehr, foult hier voll vom indis noch sechs minuten und nicht dort hier eine fliege das ist gut oh nein, 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 Alagui, frei und wir lassen sich Schnell. Auf Bad Afmur. Oh, Hupmann. Ne, Schneider bekommt hier den Bad. Oh, heieieie. Tash of Sam. Oh Gott. Ja, das war ab. Abseits. Ganz klar, Abseits. Und Teschl. Hurt sich die Cut-Up. Schilozzi auf Sam. Flanke. Windus mit dem Kopf in die Arme des Torwartes. Und Bochum hat gesiegt. 1-0 Bochum. Bochum etwas Luft verschafft. Und auch der Trainer hat sich etwas Luft verschafft. Und ich habe keine Luft mehr. Sperre abgelaufen. Für wen eigentlich? Achja, Hoogland war ja gesperrt. So, Training. Winterpause ist es jetzt. Handy braucht erstmal Strom ein bisschen. Ich mache heute nur noch die Winterpause. Zweites Spiel gibt es heute nicht mehr. So. 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 Werd trainiert. Die Außenverteidigung. Vier Spieler sind da. Auf der Position. So. 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 in Verteidigung. Aber dafür ist Suarez. Und er trainiert Dribbling-Szenario in Verteidigung. Bodorov. Exzintenzielle Abwehr. Nächstes Training. Torwerte. Kraft. Torwart-Grundlagen. Und alle zu monieren. CBDD. Naja. Danke, Chef. Okay. Zeit für Training. 9, 12, 15, 17. 17, 9, 12. Panda-Pferde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Einmal-Spiel. 5. 5 plus 4 sind 9. Grabovski. 2, 4, 6, 8. Dribbling mit Prezession. Die Herren Außenverteidiger. Diesmal Bandowski. mit Passabfangen. In Verteidigung. Hochklang. 2, 4, 7. Abwehrgrundlagen und das letzte Training. Außenverteidiger. Schiluzzi. 4, 6, 8. Dribbling mit Prezession. Und was? D, C, B, B, C. In Ordnung dieses Training. Aber Winterpause nur 15. Platz. Sehr schlecht. Fabien-Bäcker. 59! 50 Fabian Becker hat den Vertrag für die erste Mannschaft unterschrieben, IPI Monatsbericht Jugendmannschaft Freigeben Dabei habe ich ihn trainiert, das Freigeben Freigeben Ablehnen Ablehnen Verpflichten Ablehnen Verpflichten Ablehnen 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 mit der feld papo 246 18 hindernis parkour und alle zu monieren bitte C, A, B, B, D, ist doch ganz ordentlich. Drehebenkusschen Z, L, F, T, D, E, B, D, E, W, D, E, W, D, E, W, D, E, W, D, E, W. Wo mache ich denn ein eigenes... Mannschaft, Teamzentrale, da ist es ja. Dornebusch, Riesweg-Compiler, auf Transferliste Kraft, auf Transferliste Riemann nicht. Back. Lorenz. Bandowski. Thomas, Transferliste. Sam, ja, Transferliste. Merisch. Täsche, Janet, nicht. Ups. Becker nicht. Salam. Dessera. Fangen wir mal gucken, ob... Fangen... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Babo wird vielleicht verliehen? Training Außenverteidiger Timera 6, 2, 4, 6 Trepple mit Präzension 6 Endverteidiger 1, 4, 6 Vorgeschrittene Votoy Torwarttraining für Kraft Flankenabwehren Torwarttraining 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 Grundlagen Und 3, 4, 5, 4, 5 Außenverteidiger für Pandovski Das Training Nummer 10 Dort ist Pässeabfangen und alle zu monieren. C, B, A, A, B. Ja, das ist schon mal ordentlich gelaufen, das Training. Das Ferne-Angebot für Eisfeld. Wie kommt man damit? Wie kommt die T Grow-Angelegenheit? Wie kommt die T Grow-Angelegenheit? Wie kommt die T Grow-Angelegenheit? Team-Zentrale. Krav, komm, 별로! Brauche ich nicht, Fabian? Geht es nicht, Fabian? Da eine zu. Na, Vertrag, bisschen Klo. Thomas Klein-Vertrag-Günlüs-Ferich-Moment. Tische, hat Dings, Eisfeld, Tische, hat Dings, ok ok machen wir so Stülker Achja, wollen wir mal nicht so sein, können wir es nicht Wahrheit müsste doch wieder gespielt werden hier, meine Güte nicht 5-7 Jakovski, 2, 4, 6, 8, 10 5 1, 3, 5 Wieder ein Flügelspinner Hemmerich, 2, 4, 6, 8, 10 1, 2, 5, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 1, 2, 4, 6, 8, 10 Es sieht doch gar nicht so übel aus Oh, Schlotzi isst mich. Wohl. Oh, Schlotzi. schlotz jetzt verkauft also brauchen wir mehr als dann noch da war so keine panik motivieren brauche ich da jemanden ab mal den verein gesunden lassen bosniak 18 12 14 flanken grundlagen so res 24 5 7 trebling szenario 18 6 der bäcker dann neu profe 24 6 18 12 hohe steilpässe in vorteilung der herr groß aus der jugend alexander mit vornamen und vergeschrittener verteidigung und dort letzte training geht an torwärte an jacobs der mann der zukunft herauslaufen und alle zu manieren a c b a b und level ups das ist ja schon mal erfreulich 10 im gundus verlässt den verein ein werden wir sehen fabian so auf jeden fall ist die folge damit beendet bis zum nächsten mal schoos Untertitelung des ZDF, 2020